Ehrlich gesagt, für mich ist die Welt ein Rätsel. Hey, kennst du mich noch, Yongsu? Wir waren fast Nachbarn, damals in Paju. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hallo, ich bin Ben. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Dies und das. Eigentlich hab ich nur Spaß. Was glaubst du, was er an dir findet? Hast du schon darüber nachgedacht? Ich bin wie in einem Rausch. Ich spüre einen Bass. Einen Bass im Innern. Hey! Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Sie ist weg. Hat sich in Luft aufgelöst. Manchmal brenne ich Gewächshäuser ab. Ich suche mir ein verlassenes Aus und lasse es einfach in Flammen aufgehen. Geräte ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020